Hallihallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr seht, ich bin bereit. Wir sparen für die Woche 2, nämlich für mein Notgroschen, für meine Steuer, für die Geld-Challenges und für meine Thinking-Funds. Aktuell habe ich gesehen, gibt es bei Etsy, wenn du 40 Euro Warenkorb hast, kriegst du, also mindestens 40 Euro, kriegst du 10 Euro Rabatt. Das finde ich richtig, richtig cool, weil, also das ist nicht nur gut für mich, dass wenn ihr bestellt, dass ihr dann Sachen reduziert bekommt, sondern auch für mich, wenn ich bestellen möchte. Und ich habe nämlich einige Spiele so im Blick. Mal schauen, ob ich bestelle. Wir fangen mal direkt an. Falls ihr euch fragt, warum ich Woche 1 noch nicht gedreht habe, also den Wochenabschluss, der kommt dann zusammen mit Wochenabschluss 2 tatsächlich, sonst schaffe ich es einmal nicht. So, wir starten mal direkt und zwar mit meinem Sparkaffee. Da haben wir letzte Woche 4 Euro gespart. Und man nebenbei hat mir geschrieben, dass die von Filofax, die beiden da, dass da mehr Breinpasta stimmt. Ich muss mal schauen, was die so kosten, weil ich kann jetzt nicht andauernd Neues bestellen. Das wäre total blöd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir sind hier auf der Butter gelandet. Ich weiß auch nicht, Leute. Jetzt habe ich die hier bestellt. Wisst ihr, dann will ich jetzt auch nicht wieder vernachlässigen. Und andererseits denke ich mir, aber naja, jetzt bist du die ganze Zeit halt neue bestellen müssen. Mal gucken. So, hier haben wir noch wenige Xer. Dann nehmen wir hier die Butter weg. Genau. Und das kostet 2 Euro. So, wir sparen 2 Euro. Und müssten dann hoffentlich 13 Euro drin haben. Und jetzt seht ihr hier schon 11 Euro. So, upsala. Dann tragen wir das hier ein. Sparkaffee haben wir 2 Euro gespart. Dann geht das mal weiter mit meinem tollen Obstgarten. So, die 6. Schon wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das suchen wir hier mal. Ich glaube, da war ich noch nie drauf. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich noch nie da drauf war. Hier, meine Papaya. Das ist immer so blöd mit dem Ringlicht. Hier, das blendet euch bestimmt immer total, weil vor allem das hier immer alles laminiert. Aber wenn ich das nicht anhabe, dann seht ihr irgendwie gar nichts. Das bringt es ja auch nicht. Falls ihr da eine Lösung habt, schreibt mir das gerne rein. Und ich sehe gerade, wir haben tatsächlich schon mal unsere Papaya eingepflanzt. Sieht man das? Ja, jetzt so. Super, und jetzt lässt die Nachbarin die Rollos runter, während ich mein Video trinke. So, es werden 3 Euro gespart. Jetzt ist die Frage, wie viel haben wir denn drin? Ich hoffe nämlich, dass ich runden kann. Ja, tatsächlich, das geht. Und zwar plus 3 Euro. Schon wieder. Das wären dann 51 Euro. Und das passt mir perfekt, weil wie ihr seht, habe ich hier einen 50-Euro-Schein. Ich denke, dass ich hier viele Hunderter drin habe. Das sind die Fake-1-Euro-Scheine. Perfekt. Da lasse ich nur den Euro drin. So, und weiter geht's mit dem Obstgarten. Ach, Obstgarten. Mit dem Gemüsegarten. Also ernte dich reich. Schon wieder eine 6? Na gut, ich habe immer verschiedene Würfel benutzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da landen wir auf unseren Zwiebeln. Ja. Die haben wir noch nicht eingepflanzt, also pflanzen wir sie für 3 Euro ein. Ich habe natürlich nicht vergessen, das Geld reinzumachen. Wie viel ist denn drin? Ich werde langsam krank, habe ich das Gefühl. Mein Körper hat die ganze Zeit gekämpft und gekämpft und gekämpft. Aber, ja, ich glaube, so langsam werde ich krank, Leute, leider. Ja, aber mein Körper ist immer noch am Köpfen. Aber so ein bisschen schnupfen hört ja bestimmt immer mal raus. Das tut mir leid, das ist ein bisschen unangenehm, aber ich kann das leider nicht ändern. Ich denke, wir mal lieber verschnupften, Videodrehen als gar keins. So, Sommergelüste. Da müssen wir hier den Roten nehmen, passend zu den Erdbeeren. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, oh. Für den Erdbeerkuchen brauchst du 18 Erdbeeren. Jetzt muss ich gucken, wie viel habe ich denn bisher gespart an Erdbeeren. Oh, gar keine. 18 Euro soll ich da reinlegen. Das ist echt zu viel. Wie viel habe ich dann drin? 77. Wir machen mal, statt 18 machen wir mal 5 weniger, dann machen wir 13. Oh, das ist echt viel. Dann haben wir 90 Euro drin. Weil dann nehme ich, nehme ich hier die 2 raus. Und dann muss ich 15 reinmachen. So, damit kann ich leben. Und mein neues Spiel. Heute dachte ich mir, werden wir würfeln. Weil letzte Woche haben wir nicht gewürfelt, also wird es jetzt gewürfelt. So, wir nehmen diese beiden schönen Würfel, die ich auch von der lieben Niki geschickt bekommen habe. Und sie hat mir jetzt um 10.000 Mal gesagt, wie der Shop-Name heißt. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt endlich richtig aus und deine Mundwinkel zucken nicht mehr. Also der Name vom Shop ist NJ&TJ. Ich glaube, das hat sich jetzt richtig angehört. Niki, ich schreibe sie unten rein. So, eine 6 und eine 3. So, da sind wir hier auf diesem hier gelandet. Upsala. Das hier ist, das hier. Die Eiche. Oh Gott, das kann ich nicht lesen. Die Querikus. Querikus. Keine Ahnung. Kehrst zu zusammen. Ach, vielleicht. Die Eiche kehrst du. Nee, was? Die Eiche kehrst zusammen. Zusammen, um Tieren ein Winterquartier zu schaffen. Sparke für Euro. Irgendwie war da... Vielleicht stelle ich mich gerade blöd an. Keine Ahnung. Vielleicht stelle ich mich gerade blöd an. Ich habe keine Ahnung, Leute. Schreibt mir das gerne unten rein, wenn ich das irgendwie falsch gelesen habe. Ich habe gerade einen Hänger, wie wir so schön sagen. Keine Ahnung. Das sind 4 Euro. Das wären dann 13,10 Euro. Okay, machen wir mal das. Was haben wir gesagt? Ist es? Schon wieder vergessen. So kurz das Gedächtnis. 13,10 Euro. Jetzt müsste es stimmen. Da sind schon 5 Euro drin. Et voilà. Ups. Oh Gott. Dann haben wir hier den ersten Bein da erstmal durch. Und haben hier... Wie viel waren das? 4 Euro. Und das berechnen wir auch direkt. Wir haben hier 6 plus 15 plus 4. Und da haben wir 25 Euro wegen der Sommergelüste. Und es geht weiter. Und zwar mit der Steuer. Da muss auch einiges rein. Ja. Ist das nicht ein schönes Spiel? Ich kann den ganzen Tag schwärmen. Eine. 4. So. 1, 2, 3, 4. Uh. Da sind wir auf einen wütenden Zombie. Schaut mal. Das ist der Hitze. Die kenne ich sofort. Ups. Hallo. So. Hau drauf, Micky. Mach dich platt. Du hast keine Chance. Würfel mit einem 4er. Und kreuze die entsprechenden Herzen ab. Außerdem beginnst du von vorn. Also. Wir beginnen komplett von vorn. Ich glaube, das habe ich richtig verstanden. Hoffentlich. Und. Würfel mit einem 4er. Und kreuze die entsprechenden Herzen ab. Dein Ernst? Susan. Heißt das? Ich muss jetzt 4 Herzen wegmachen. Bitte, liebe Susan. Schreib mir, dass ich es falsch verstanden habe. 4 Herzen weg. 4. Also, hau drauf, Micky. Micky ist wirklich sehr, sehr hau trauig unterwegs. Ich kann das hier wegmachen, was ich es falsch verstanden habe. Ich glaube, so falsch verstehen kann man das gar nicht, oder? Ja, kreuze die entsprechenden Herzen. Also, ich weiß nicht, was ich da falsch verstehen könnte. Tja, und gespart wird dann auch nicht. Weil, hau drauf, Micky heute einen schlechten Tag hatte. So. So. Ich glaube. Ich glaube, heute. Heute machen wir mal Sudoku weiter. Ich finde auch Sudoku total geil. Und ich trinke mal kurz ein Schlückchen. Vor allem, wenn der Hals so kratzt. So, hier sehe ich, um den ersten Blick, da fehlt die 9. Ich glaube, habe ich denn hier auch einen. Genau. Und dann machen wir auch noch das. Und dann haben wir nämlich insgesamt 10 gespart. Da brauche ich nämlich auch kein Kleingeld. Und es macht es wieder gut, dass ich dort nichts sparen konnte. Ich nehme mal die 5, weil wir müssen wir hier. So. Und, ach genau, das trage ich hier nicht ein. Aber hier. Jetzt geht es weiter mit der nie endenden Geschichte. Eine 1. Da sind wir hier auf diesem sehr, sehr alten Buch. Und ich soll 5 Euro sparen. Passt mir sehr gut. Wenn es das gibt, wovon ich genug habe, dann von meinen 5 Euro Scheinen. So, Hokus Pokus. Nehme mal wieder weiß. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Was ist denn das? Muss ich mir mal näher anschauen. Sieht irgendwie aus wie ein Salatblatt. Ne, das ist irgendwas gebundenes. Wir erfahren das. Ah, Rosmarin. Rosmarin für Schutz und zur Reinigung der Energien. Mutter Natur ist großzügig. Hierfür musst du nichts bezahlen. Sehr gut. Dann sparen wir hier schon wieder nicht. Aber ich bin ja drauf, also darf ich es hier einmal ankreuzen. Die Märchenreise. Machen wir doch direkt hier weiter. Auch eine 1. Spare 2 Euro. Wie haben wir denn drin? Ach, seht ihr? Das ist ganz gut. Ich muss mal überprüfen. Ne, das, wenn ich es hier hin tue und schreibe, das blendet euch nicht. Das ist schon mal gut. So, dann haben wir, upsala, 91 drin. So, wir holen uns mal alles, was wir messen. 50, 60, 70, 80. Machen wir mal. 50, 60, 70, 80, 90. 91, 91. So, Pumpkin Patch, glaube ich, heißt das. Wo ist denn hier der... Ach, hier. Ach, wieder eine 1. Okay, dann gehen wir mal. Brauche ich Butter? Irgendwie ja, Butter brauche ich. Dann gehen wir mal zur Butter. Und bei der Butter spare ich 2 Euro. Ach, perfekt, wieder. Genau, hier ist die Butter. Mach ich mal so. Ich brauche sowieso Kleingeltern, als ob die Spiele das wüssten. Machen sie mir das total einfach und denken, du darfst deine 5er hier verteilen. Auch so ein schönes Spiel. Ich bin total froh, dass sie es bestellt hat. So, die Reise. Da geht es nur einmal weiter. Dann müsste man dreimal würfeln. Dann nehmen wir doch das, das. Und noch einen anderen. 6, 7, 11 Euro insgesamt. Sollen gespart werden. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gezählt. Und seht ihr das? Wieder eine 5 rausgeworden. Das heißt, ich kann das da rausnehmen. Und jetzt habe ich 200, 210, 220, also muss ich 15 reinmachen. Und das super coole Spiel. Wir sind jetzt hier mittlerweile bei Woche 2 angeleitet. Da darf ich mit dem coolen, coolen Würfel. Der leuchtet. Und das wird total süß. Dann, wie gesagt, an schlechten Tagen oder wenn es mir mal nicht so gut geht, soll das hier alles für mich erhellen oder erleuchten. Das fand ich so süß. Ach, da könnt ihr auch meine ekelhaften Nägel sehen, die schon. 102 Jahre rausgewachsen sind. 16. Uh, 16 ist mir tatsächlich diese Woche zu viel. Probieren wir nochmal unser Glück. 11. Wie viel haben wir denn bisher gespart? Ja, 11 ist in Ordnung. 11 ist okay. So, das lasse ich erst mal ein bisschen trocknen. goes, sehr quiere. Okay, sehr. 22 ist. 22. 24 ist einnisktИpp. Ja,十 4. 34 ist. 5000 ist. 24 ist. 9. 15. 20 ist. 53 ist. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Wir machen mal nochmal 15, 4 und 22. Ja, 1,40 Euro diese Woche gespart. So, dann haben wir die Steuer auch durch. Und es geht weiter mit meinen Guides Challenges. Ich glaube, da müssen wir mal alles so ein bisschen hier für euch verändern, damit ihr auch die andere Seite sehen könnt. Dann machen wir das nämlich so. Perfekt. In zwei Tagen habe ich Geburtstag, Leute. Ich werde 32 und irgendwie habe ich gar keine Zeit, darüber nachzudenken oder sonst irgendetwas. Was soll ich euch sagen? Irgendwann ist der Geburtstag immer nichts Besonderes mehr, vor allem, wenn man arbeiten muss. Eine 4, das ist für mein Wettzeug. 1, 2, 3, 4, spare 1 Euro. Blendert euch das hier. Ja, es blendert euch. Das war irgendwie, wenn ich es hier mache. Ne, das ist gut. Dann Obsti. Eine 1, da sind wir hier auf einer Glühbirne. Die Stromrechnung ist fällig, zahle 50 Cent. 1, 2, 2, 3, 2, 35, das stimmt. Und theoretisch können wir mal ein bisschen Kleinwirt hier rausnehmen. So, besser. Dann Gemüsi. Bei den Tomaten sind wir gelandet. Das war wahrscheinlich genau das, was ich mir nicht angeschaut hatte. Das sind die Gurken. Wo sind die Tomaten? Moment. Ach hier, ich dachte schon. Oh, nur 5 Cent. Leute, dann muss es auch mal hier gewürfelt werden. Bloß dann sind wir doch zu wenig. 2. So, das ist, soll ich nicht verwechseln? Das sind die Gurken, das ist Zucchini. So, und 10 Cent. Also, okay, die wollen nicht, dass ich diesmal spare. Also, 15 Cent werden gespart. Das sind ja richtig, richtig, richtig Mini-Beträge. Das heißt, die Beträge hier drauf, wenn ihr die holt, sind zwischen 5 Cent und 50 Cent. Und dann auf der Rückseite der höchste Betrag ist, ich glaube, 1,5, nee, 2 Euro. Also, als ich das erstellt habe, hatte ich ja eine Anfrage gehabt, ob ich nicht für kleinere, also, ob ich kleinere Beträge machen kann für Kinder. Und dann habe ich gesagt, klar, mache ich das. Und dann durfte sich die Person die Beträge aussuchen. Und dann dachte ich, ich stelle es mal rein, weil es gibt viele, die auch vielleicht so Geiz-Challenges oder so haben. Ihr wisst, ich brauche ein Kissen, sage ich ja jedes Mal wieder. Und ich bin motiviert. Wisst ihr, es hat mit dem Geiz angefangen und mittlerweile, und mittlerweile mache ich immer mehr rein. So, 1, 2, 3, 4 und die 5. Bald habe ich es geschafft und kann mir ein neues Kissen holen. Bestimmt denken sich viele, du kannst dir ein neues Kissen holen. Aber Leute, wir haben doch alle irgendwas, bei dem wir geizig sind. Und das ist bei mir beim Kissen. Ach nee, 5 Euro waren das. Und das letzte ist Kaffee und Kuchen. So, 1, 6 und 1, 3, 20 Cent. Wir drehen das mal. Wir nehmen 3 und 6, 50 Cent. Man darf diese Cents nicht unterschätzen. So langsam füllt sich das. So, dann haben wir das hier nämlich auch schon. Und es geht weiter mit meinen Sinking Funds. Und zwar haben wir Healing Stones. Da will ich Lila nehmen, auch wenn er klein ist. Eine 1 und das ist für Black Friday, was wirklich ziemlich geleert wurde. Und wir sind hier auf der Waage. Und ich soll, spare 10 Euro. Passt mir gut. Ich habe es ja geplündert. So, da haben wir schon 49 Euro drin. Dann Terra Polaris für die Haftpflicht. Eine 3. 1, 2, 3. Also ich soll 3 Euro sparen. 1, 2, 3. Ach, das hatte ich doch letzte Woche. Genau das gleiche kommt, Leute. Wir müssen hier nochmal würfeln. Eine 1. Sonst kommen wir da niemals raus. Spare 3 Euro, sonst werde ich immer wieder zurück. Wir haben schon 40 Euro drin. Und das kommen mir jetzt nochmal 3 Euro rein. So, Zauberreise war, glaube ich, für meine Freizeit. Für die ganzen überteuerten Tickets. Jetzt für Zoo, für alles. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da sind wir auf dem Zauberrout. Und da steht... Die Waldhex verdoppelt deine Würfel-Augenzeige. Oh, okay. Eine 4. Das heißt, ich muss 8 Euro sparen. Das ist mir zu viel. Probieren wir nochmal unser Glück. 6 Euro. Komm, 6 Euro machen wir rein. 6 Euro, das wären dann 94 Euro. 50, 60, 70, 80, 85, genau. Genau, 88 waren da drin. Ich will aber 94 haben. 50, 60, 70, 80, 80, 90. So. Ja. Jetzt stimmt's. Super Spario fürs Auto. Oh, tut das gut. Tut das gut, Leute. Ich trinke gerade wieder richtig kaltes Getränk. Und das tropft die ganze Zeit, weil es so kalt ist in einem Glas. Jetzt habe ich hier alles voll getropft. Nein, ist ja nicht schlimm. So weiter geht's. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 Euro. Ich glaube, das Auto würde ich sonst nicht sparen, weil ich spare ja schon jeden Monat für die Versicherung und so weiter. Also hier bei den Thinking Funds, also für TÜV 15 Euro jeden Monat, KFZ-Steuer jeden Monat 30 Euro und KFZ-Versicherung jeden Monat 100 Euro. Dann würde ich das niemals machen, wenn ich hier kein Spiel hätte. Das sage ich euch jetzt schon. Und ich weiß aber, die nächste Inspektion oder man weiß es nicht, Leute. Man weiß es nicht. So, 130, 132. Dann sparen wir für das letzte 4 Beauty. Ja, ich habe immer mal meine Phasen. Und zwar, wo ist denn eigentlich der weiße? Ich habe überhaupt nicht den hinterher. Eine 4. Wo ist es? Ein Magneter hier. 1, 2, 3, 4. Dir fällt eine Kokosnuss auf den Kopf. Heute wird nicht gespart. Also, liebe Susan, heute bist du echt nicht nett mit deinen Spielen. Siehst du, deine Spiele sind nicht nett zu mir. Dann wird heute nicht gespart. Also, wir haben hier 1,50 Euro. 7,15 Euro plus 13 plus 11 plus 25 plus 41 und wir haben, wie das so viel kann das sein? Ja, aber gut, wir sind hier schon alleine. Wow, wieso ist das auf einmal so viel geworden? Tja. Das heißt, ich muss mit meinem Etsy-Shop mindestens jeden Monat 400 Euro verdienen, um das mir noch leisten zu können. Tja, ich würde mal sagen, ich muss mich mal wieder hinsetzen. Ich bin die ganze Zeit jetzt gerade an den jetzigen Bestellungen dran, die noch kommen, wegen meinen ganzen Sparspielen und mit den Adventskalendern, weil ich möchte gerne, also ich hoffe, ich schaffe das. Ich will keine Versprechung, so eine Versprechung machen, aber eigentlich möchte ich Oktober alle rausschicken. Auch wenn ihr die erst im Dezember braucht, würde ich gerne alle Adventskalender schon abschicken. Das ist echt super viel Arbeit. Und ja, deswegen bin ich noch nicht da dran, aber das hier habe ich euch versprochen und es wird eine Erweiterung dazu geben und zwar eine weihnachtliche Erweiterung. Bleibt gespannt. Ich sitze da auch schon dran, aber die wird es erstmal nicht geben jetzt diesen Monat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Bis dann.